So, willkommen zu der neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Wer ist das denn? Iboos World. Iboos World? Ist Iboos nicht so Schmerztabletten oder Kopfschmerzzeug, irgendwas? Ich möchte heute ein kostenloses Mewtwo abholen und bin schon gespannt, ob das gute IV hat oder nicht. Wo ist das Ding her? Was hat es damit auf sich? Wie kann das jeder kriegen? Ja, das kann jeder kriegen. Jeder kann ein kostenloses Mewtwo kriegen. Jetzt wäre es aber falsch, wenn man sagt einfach, na Yendik schenkt jedem ein kostenloses Mewtwo. Das haben wir nämlich damals gemacht beim Ramses, der Dicke Account. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht, das kann ich euch immer zeigen. Na Yendik schenkt jedem ein kostenloses Mewtwo. Das war kein Clickbait, das war so. Also, wenn ihr Level 50 werdet, kriegt ihr eine Level 50 Spezialforschung und da kommt am Ende dann ein Mewtwo. Was ihr einfach fangen könnt, das kann nicht fliehen. Das war cool. Und jetzt müsste ich das Ganze also nennen, na Yendik schenkt mir wieder ein kostenloses Mewtwo, weil ich habe jetzt den Abanero Account mittlerweile auf Level 50 und da habe ich auch wieder diese Forschung und da möchte ich euch auch wieder das Mewtwo zeigen und vor allem ich selber abholen und gucken, wie gut das ist. Das andere Ding, das andere Video ist schon drei Jahre her, drei Jahre alt. Und ihr müsst mal gucken, da war Hannes dabei. Guckt euch mal Hannes an, guckt euch mich an. Wie haben wir uns verändert? So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go und kennt ihr den Tag danach? Das ist Hannes, guckt dann bevor, wie es ist. Das ist Hannes kleiner Bruder, oder? Hannes sieht doch ganz anders aus. Der ist die Hälfte vom Hannes. Nach dem Tag danach, also der eine ist gut, der andere ist schlecht. Der hat auch einen ganz anderen Blick schlecht. Also der Hannes. Der ist der Beste, der Hannes, ey. Guckt mal, wie der guckt. Der hat nämlich... Guckt mal, wie der guckt. Fertig. So, das ist Hannes, ey. Drei Jahre her. Vor drei Jahren war das Hannes. Was habe ich bloß mit ihm gemacht? Es tut mir leid, Hannes. Das war nicht meine Absicht. Ich sehe immer noch so aus, wie ich aussehe, oder? Kann man noch so sagen, oder nicht? Also ich bin gleich geblieben. 150 Kilo stabil auf der Waage, Bruder. Aber Hannes, wenn man ihn so sieht, müsste man jetzt mittlerweile sagen, er sieht schlecht aus. Also es sah abgemagert aus alles. Auf jeden Fall, es ging jetzt nicht darum, wir müssen jetzt mal weitergucken. Pupsi war da auch schon dabei. Da hatte ich noch hier mein altes Auto. Wenn du mal in den Kofferraum geguckt hast, guck dir das an. Im Kofferraum, da liegen tausend Handys. So haben wir früher geradet. Mittlerweile tue ich mir den Stress nicht mehr an. Mittlerweile sage ich, ich habe den Habanero Lime Account und den zweiten Account, den Samyang Bulldog. Da stehst du vielleicht mit zwei Handys mal da und machst einen Community Raid. Aber den Stress mit sechs Handys und hier so rumdrücken, den tue ich mir nicht mehr an. Jetzt will ich ganz kurz mal dahin, wo wir das Mewtwo abgeholt haben aus der Forschung und euch zeigen, wie viel das hatte. Deswegen hat er heute... Aber wir haben ja noch die Kapitel... Sonder... Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht mehr, welche Pose ich habe. Da war ein Mewtwo drin. Wildes Mewtwo. Mit 17,48. Wenn ihr jetzt... Guck mal, jetzt sehe ich aus wie Stephen Kings E's. S E's. Der hat auch so einen Schielblick. Jetzt machen wir kurz mal weiter. Ramses, das Format ist richtig toll. Kannst du jetzt bitte immer auf alte Videos von dir reagieren? Ja, sowas schreibt aber keiner und verlangt auch keiner. Jetzt gucken wir kurz mal hier rein, wie gut das alte Mewtwo war. Ich würde sagen, heftigste, was es gibt. Und dann ist es im ersten Ball drin. Wegen Critical Catch. Wenn ihr das nicht kennt, da ist ein Critical Catch. Da ist das einfach drin. War das ein Critical Catch? Warte mal, ich gehe nochmal kurz zurück. Wer den nicht kennt, Critical Catch. Ist der geringste Ball, den es gibt. Wir gucken mal, wie lange wir brauchen, bis das drin ist. Eins, zwei... Äh, der... Toll. Critical Catch. Der Kreis ist knüppelrot, wollte ich sagen. Falls ihr noch nicht so lange spielt, das war ein Critical Catch. Da wackelt er nicht dreimal, sondern... Der ist drin. Das war kritisch. Wenn ihr Critical Catch noch nie gehört habt, schreibt es mal in die Kommentare. Heftigste, was es gibt und dann ist es ein Catch. Aber jetzt... Da ist das einfach drin. Guckt euch die Bewertung an. Und es ist ein... Zwei Sterne. 1748, Zwei Sterne. Hildburghausen. Am 10.04.21 hat man noch... Das ist ja interessant. 10.04. Das war April. April 2021. Bei mir, wo ich das Video jetzt heute gerade aufnehme, ist der 15.04.2024. Also das ist ja sogar dasselbe Monat. Das ist fünf Tage später und drei Jahre später. Und da kriegst du ein Mewtwo. 1748 damals. Aber ich will jetzt hier rüber. Zu uns aktuell. Muss ich jetzt hier drauf. Muss hier rüber. Da habe ich hier nämlich die Level 50 Forschung. Guckt euch das mal an. Wie viel Staub es da gibt. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich ein... Ein... Ein Sternstück habe. Dafür mache ich jetzt sogar mal ein Sternstück an. Weil hier, du kriegst 50.000 Staub. Und nochmal 50.000 Staub. Das sind 100.000 Staub. Mit dem Sternstück also dann 150.000 Staub, oder? Wenn ich mich nicht irre. Dann gehst du hier drauf. Da war glaube ich ein FM drin. Hier ist auch ein FM drin. Dann fangen wir kurz das FM. Super geworfen. Super geworfen. Damals habe ich dieses iPhone zum Beispiel noch nicht gehabt. Mit schönem Gelb dran. Das nehme ich ja jetzt immer zum Video aufnehmen, weil das viel flüssiger ist. Wir bewerten das. Zwei Sterne. 15er Förder. Meiningen. Hey. Von Hibu nach Meiningen. Drei Jahre später. Irgendwie hat das was. Irgendwie hat das was nostalgisches. Jetzt ist hier eine Pokémon-Pose drin. Zehn Sonderbonbons XL. Und das Mewtwo müsste kommen. So. Ja, ja, ja. Mewtwo. Mit 17,52. Wir wissen also, 17,48 war zwei Sterne. War jetzt nicht so gut. Wir holen das jetzt mal hier. Komm, wir holen das jetzt mal mit roten Pugebällen. Einfach fabelhaft. Der kann nicht fliehen. Versucht also immer das meiste an Bonbons rauszuholen. Weil er nicht fliehen kann, würden ja eigentlich die Gelben reichen. Ach komm, wir kürzen das jetzt ab. Die Gelben Bären würden reichen, aber mit den Silbernen Bären kriegt ihr ja trotzdem noch mal mehr Bonbons als mit den Gelben. Deswegen, nehmt ruhig die Silbernen, wenn ihr ein paar habt. Jetzt habe ich hier 14 normale Mewtwo Bonbons. 3 XL. Es ist kein neuer Eintrag. Es hat hier Psychoklinge, Flammen, Wurf. Wir bewerten es. Und? Hey! Es ist zwar zwei Sterne, aber es hat 15 Angriff. Guck mal, wenn ich mit dem Finger wedle, wie der Finger doppelt und dreifach ist. Wenn ich hier Licht anmache, ja, dann ist es auch noch so. Na, ich mache das Licht wieder aus. Egal. 17,52 für mein zweites kostenloses Mewtwo, was Najendik mir schenkt. Drei Jahre später. Ramses Dottike ist fort. Habanero Leim ist am Start. Level 50. Forschung kostenloses Mewtwo. Wie fandet ihr das? Guck mal, der hat 11. 11 Angriff gehabt. Aber der hat den Verteidigungswert auf 15 gehabt. Vor allem sind das genau dieselben Werte. Du hast einen 10er. Da ist es KP gewesen. Jetzt ist es hier Verteidigung. Du hast einen 11er. Da war es Angriff. Jetzt ist es hier KP. Und du hast einen 15er. Damals war es Verteidigung. Jetzt ist es Angriff. Da ist mir das so auf jeden Fall lieber. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr schon Level 50? Wie gut war euer Mewtwo aus der Level 50 Forschung? Habt ihr euch das aufgehoben? Habt ihr das weggeschmissen? Habt ihr das getauscht? Steht das vor allem dran? Gefangen in der Spezialforschung. Meiningen, Thüringen, Deutschland. 15. Verteidigung. Also wenn ihr das noch habt. Ihr könnt ja mal nachgucken, ob ihr noch ein Mewtwo aus der Spezialforschung habt von Level 50. Und dann könnt ihr ja mal drunter schreiben, wie gut eures war mit den WP und mit den Werten. Der hat 15 Angriff. Das finde ich okay. Sonst war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und mal gucken, wie lange es dauert, bis dieses Video online kommt. Am 15. 4. ist das aufgenommen. Aber ich muss ja die ganzen anderen Level erst noch hochladen. Und dann kommen aber wieder andere Events und Tickets und Sachen und es zieht sich ein bisschen. Peace out forhaut. Euer Ramses.